Herzlich Willkommen zum letzten Mal in diesem Jahr bei YDDD. Wir beide sagen Baba 2009 und Hallo 2010. Hoffentlich das YDDD-Jahr schlechthin, will ich mal hoffen. Aber jetzt mal in normaler Sprache, weil sonst versteht ihr uns nicht, oder? Ja, lass mal Business machen. Also Silvester! Genau, und wir haben uns auch was ganz tolles ausgedacht, so quasi als Silvester-Special zusammen mit youthfm.de. Und zwar am kommenden Sonntag, am 3. Januar, werden wir zwei Stunden auf youthfm zu hören sein und stehen euch Rede und Antwort. Genau, das heißt, ihr dürft uns da Fragen stellen, was euch schon immer interessiert hat. Und zwar geht das ganz einfach. Ihr müsst, glaube ich, einfach auf youthfm.de gehen. Dort ist dann rechts so eine Box, äh, Wünsche und Wünsche heißt es dann. Unten ist dann noch der Name angegeben. Dort gebt ihr euren Namen ein. Plus. Soll ich das Ganze nochmal probieren, so zu sprechen wie so ein Wermesprecher? Dann sprechen wir wie ein Wermesprecher. Okay. Ihr geht einfach auf youthfm.de. Dort könnt ihr auf der rechten Seite in der Box Wunsche und Gruß eure Frage und euren Namen hinterlassen. Welches Schnittprogramm benutzt ihr? Wie alt seid ihr? Wie kann ich zeigen, dass die Wasserstoffatomen im ersten Angeregten Zustand von den Elektronen in jedem x-beliebigen anderen Zustand angeregt oder ionisiert werden können? Und aufgepasst, für alle, die in dem Feld Namen ihren Skype-Namen hinterlassen, werden wir nochmal ein Twilight-Bis-an-die-Grenzen-der-Liebe-Poster-Verlosen. Ah, ist das schwul, ey. Noch irgendwas Neues? Genau. Uns wurde heute dieses tolle Present geschickt. Ero. Ein T-Shirt-White-Titi-Kisten. Wir haben uns sehr gefreut. Danke, Nathalie und Semmer. War eine super Idee. Super Idee. Und was mich auch total gefreut hat, die zwei haben sich daran erinnert, dass ich mir unbedingt Robert Pattinson Pappständer gewünscht, gewünscht, gewünscht? Gewünschen? Gewünschen? Nee, wirklich. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Und da haben sie an mich gedacht und mir doch tatsächlich hier ein Robert, ah nee, hier ist Robert Pattinson Poster geschickt. Danke dafür. Es ist sehr lieb gewesen von euch. Ja, danke. Echt toll. Okay, dann lassen wir Philipp jetzt mal in Ruhe und was gibt's noch zu sagen? Ja, einfach einen guten Rutsch. Frohes neues Jahr. Feiert schön. Bleibt bei Titi treu. Bis zum nächsten Jahr. Und ciao. Ciao. Was? So, herzlich willkommen zum letzten Mal in diesem Jahr zu Y-D. Wir wollten uns, äh, ne. Scheiße. So, herzlich willkommen dieses Jahr zum letzten Mal in diesem Jahr zu Y-D. Und jetzt hab ich das schon wieder falsch. Jetzt haben wir vollkommen vergessen zu erklären, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Mit dem Special. Meinst du? Wir haben vergessen zu funktionieren, äh, zu erklären, wie das bei Y-D. Ach genau. Okay. Was gibt's noch zu sagen? Äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, hoffentlich wird's nochmal so ein tolles und erfolgreiches Jahr für uns alle. Scheiße. Ja, mit Notschuldigung. Ciao. Wir gehen jetzt dann irgendwann in Ruhe und feiern. Bis zum nächsten Mal.